Denn seit letztem Jahr gibt es sozusagen noch dazu eine Tanzgemeinschaft mit der Trachtengruppe mit das Haus in Scheuerberg. Das freut uns sehr. Und wie immer... Und wie immer darf auch unsere Weitraut am Akkordeon nicht fehlen. Wir sind schon gespannt, was ihr uns in diesem Jahr zeigt. Applaus 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 Musik 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 Applaus 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 So, das hat mich jetzt schon ein bisschen angestrengt. Lachen Lachen Deshalb darf ich jetzt mal pausieren. Das war Mertanse BVSA Die Achtegruppe mit dem Hause Scheuerberg Gemeinsam Die sind ein paar zu wenig Mehr sind ein paar zu wenig Gemeinsam klappt es ganz gut Den haben wir mal neu eingehebt Der Donz ist ein Wolfgang Der das alles immer gut kann Viel Spaß bei dem Donz Ein runder Geburtstag Der hat auch noch Der hat so einen schönen Schritt So, so Die der will Also das ist ganz honest wie das die anderen machen Viel Spaß Musik 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 Applaus Applaus Jetzt haben wir noch den Bändertanz der Eichsportbereich Das soll dann unsere Abschlussläufer heute Wir betonen uns beide Wandraut. Dass es euch entspält hat und vor allen Dingen zwei neue Stücke heute in den Kopf und die hätten hervorragend geklappt. So, viel Spaß beim Bandeltanz und danach machen wir eine kurze Pause und vielleicht eine Viertelstunde und dann geht es mit unserem Musikprogramm weiter. Musik 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 Musik